Wer macht den Spagat? Kein Problem. Einen schönen guten Morgen zusammen. Es ist Samstag, 10 Uhr und wir befinden uns aktuell in der Harthalle in Neubusheim und versuchen heute rhythmische Sportgymnastik zu machen. Da unten herrscht allerhöchste Disziplin. Ich bin gespannt, ob ich das auch so durchhalten kann. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir einfach mal runter. Wer macht den Spagat? Kein Problem. Denen ist wichtiger. Ich kriege mein Bein überhaupt nicht nach da. Und das ist zwei Minuten. Rechts, links und dann vorwärts zweimal. Auf der Seite komme ich viel weiter runter und ich spüre fast gar nichts. Total easy. Es tut so weh. Ich komme mir so alt vor. Es ist so schlimm. Und die halten, Leute. Die halten für zwei Minuten. Zwei Minuten. Und ihr? Es kommt einfach da runter. Es ist unfassbar. Es ist doch sehr leid. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Zwei Stunden Training sind vorüber. Wie habe ich mich denn so geschlagen? Also fürs Erdbeziehungsdagen waren sie gar nicht so schlecht. Ich meine, sie haben gesehen, sie waren sogar in dem Niveau von ein paar Kleinen von uns. Und sie haben sich gut geschlagen, ausgehalten und das ist das Wichtigste bei dem Sport. Also wenn sie möchten, können sie nächste Woche zum Training kommen. Okay, schauen wir mal, wie es mir morgen geht mit meinen Beinen. Ja, Muskelkater bestimmt. Schön in die warme Badewanne, eincremen und dann wird es schon. Alles klar, weiß ich Bescheid. Super, vielen Dank. Gerne. So, zwei Stunden Training sind jetzt vorbei. Ich bin sehr glücklich darüber, dass es vorbei ist. Ich werde morgen fürchte ich die Muskelkater meines Lebens haben, obwohl ich nichts durchgehalten habe im Gegenteil zu den ganzen kleinen Kids. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.